Ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Das krass ist nämlich, dass ich das Ding nicht aufholen kann. Üben wir einfach generell mal den Sprung, der dann hinten folgt. Okay, das geht. Nochmal kurz. Einmal noch. Gut gemacht Mario, gut gemacht. Hey, hey. Okay, der Sprung geht. Ich hab ihn zweimal geübt, das reicht. Wie knapp, Mann, wie, was? Ey, wenn ich da rüberkomme und dann nicht diesen Sprung schaffe am Schluss, reiß ich mir irgendwas raus. Oh Gott, das war fast der perfekte Sprung. Ich hab's gefuckt, ich hau hier schon die Sachen um. Ah, Moment, ich hab ne Idee. Ich hab eine Spur. Ah, das ist einfach wieder. Scheiße, ich war nur zu dumm, um das zu raffen. Oh Mann. Ey, ich hab jetzt hier bestimmt 30 Minuten versucht. Bis mir die Scheiße, bis mir das einfällt, dass ich... Selbst mit dem Wissen, wie es geht, ist es noch mittelschwer. Mario, du Hurnsohn. Hey, wir sind hier im Kinderfernsehen. Mario, bitte spring! Mario... Ah, schon, das fühlt sich schon gut an. Boah! We're gonna get smashed by the dolphins! Ich bin zu behindert, um auf den scheiß Delfin zu springen. Oh Gott! I'm just behind it, you know? Ja! Los, Flipper! Hey! Los, Flipper! Wuuu! Ey, Flipper... Flipper, sag schnell! Flipper, komm, hör auf, die Luft zu essen. Du wärst schon auch fit! Mensch, möglicherweise enthält die Luft zu viele Chips! Äh, aah! Ich lass mich jetzt einfach von irgendeinem tragen. Los, Flipper, los! Du ver... Verpiss dich von meinem Flipper, weißt du! Und so! Hast du gerade meinen Flipper beleidigt, oder was? Ey, wenn ich das geschafft hab, esse ich sowas von Eis? Nein! Was die Nachbarn denken. Scheiße, ich hab das Fenster offen. Die hören so oft Sachen da bei mir aus dem Zimmer aus. Wie ich schon ganz schmähne, ich bin behindert. Ah, ich muss am dritten Mal ja springen! Schon schwierig, sich das zu merken. Eins, zwei, in der Quadratwurzel zu acht, vier, drei mal fünf sind der dritte Versuch. I'm just behind it, you know? I'm just fucking behind! Geist, bitte! Gott, die Nachbarn. Scheiße, ich darf nicht so laut... Ich kann das jetzt so laut schreien. Ich spring jetzt direkt jedes Mal, damit ich das weiß. Oh nein, Wasser. Oh nein, Wasser. Oh nein, ein Geist! Wie schnell er zu mir gebottet kommt! Nachdem ich jetzt schon für die Stelle davor 20 Minuten am Stück versucht hab. Oh Gott, ich hab hier gespeichert. War das jetzt ein Fehler, oder? Ich kann ja immerhin in der Luft umsteigen. Zu dem Hinteren. Wenn ich spring! Wenn ich springen würd. Fick dich. Okay, was ist, wenn ich... Was ist, wenn ich wirklich auf der Nasenspitze dieses Delfinschen bleibe? Kriegt er mich dann doch Ficker? Ja. Nein, fick dich, du Schweinegeist! Bitte, 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 bitte! Haha, das war gar nicht so schlecht. Teste mal die hinteren, hinteren Möglichkeiten hier. Mhm, die sind schlecht. You can't hit me, guys! You can't hit me because my name is... So, du Arsch... Fuck, fuck, fuck! Nein! Jetzt hat mich das Wasser gebummst. Nein, 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 nein! Wie soll ich das machen? Sebastian sagt doch mal was! Mario! Mario, du Aldiho! Gott, die Nachbarn, die Nachbarn. Ich hab ein neuer Plan. Solange ich sterbe, bis der Geist die Aufmerksamkeit verliert. Tja! Dann hat er mich nicht gerechnet, dass ich angreif. So wie Henry, hat doch Kacke im Gesicht, sehe ich von hier. Ich glaub das hier nicht. Ich glaub ich bin gleich tot. Das macht ja so Spaß. Guck mal, der Geist, der wird nass. Es ist einfach zu krank! Es ist fies, wie hart der Geist mich fickt mit seiner Rute. Oh Gott, wie sich das anhört. Aber es ist leider wahr, wisch? Es tut eh. Mensch. Okay, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab jetzt echt wirklich ne... Achtung! Wie hab ich das gemacht? Ich weiß es nicht, aber es war gut! Geist, bitte. Bring doch mal deine Mutter um oder so. Okay. Ich hab jetzt den Plan. Wirklich jetzt. Also. Jump. Jump. Und... Und er kann sich so umdrehen. Boah! Kann ich durch deine Leine durchspringen? Easy, easy, easy. Jetzt, wo ich weiß, dass das geht. Ist das so einfach. Das ist so wie... Also. So? 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 Fick dich, Geist. Er kann sich halt in der Mitte Sekunde umdrehen. Wenn er sich wenigstens statisch bleiben würde und nur nach vorne guckt. Gucken können die alten Pottsau. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Oh Gott, ich hab gespeichert. War das jetzt gut oder war das... Oh Gott, das war bestimmt schlecht. Klar, er kann sich halt wieder umdrehen wie so ne Missgeburt. Warum kann der das? Ich hab ne Idee. Scheiße, Mann, ich kann nicht laufen über den Fickerich. Oh Gott. Dann kommt dieses Arschloch von da unten. Ich muss doch nur in die Röhre kommen. Geh weg! Ich muss doch nur in die scheiß Röhre kommen. Sorry, dass ich so viel rumschrei, gell? Das ist... Es ist fast so, als sei es gemacht, um auf... um... äh... Ärgernis zu erzeugen. Okay, ich sehs ein. Ahaha! Schon gespeichert. Da 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 da! Da 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 da! Da 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 da! So ein riesen T-Shirt an. Mein Vater wisch? Gib mal... gib mal Ober! Am Band sind alle gleich. Ja? Denk mal drüber nach. Wieder zur Safe-Ding. Okay. Ey. Das hat jetzt einfach zu lang gedauert, diese Scheiße. Hey, Josh. Hey, Josh Bach. What's the matter, Jush? Hey, Jush. Oh, God.